Rukaya, aber wenn Joda nicht schuldig ist, wer hat dann das Verbrechen begangen? Das Verbrechen steht eng mit euch in Zusammenhang, Jalai. Wenn ihr ihren Namen hört, werdet ihr es nicht glauben. Sprich nicht in Rätseln, Rukaya! Sag mir ihren Namen! Wollt ihr nicht zuvor den Beweis sehen, bevor ich euch den Namen nenne? Was ist das, Rukaya? Das ist das Gefäß, in dem der Stechapfel aufbewahrt wurde. Ich vernor mein Baby, nachdem ich das zu mir genommen hatte. Der Schuldige hat den Safran aus Amber mit dieser Essenz versetzt. Als die Überwachung verschärft wurde, konnte er dieses Gefäß nicht loswerden. Entweder ist der Täter die Person, die dieses Gefäß hatte, oder sie ist zumindest ein Komplize bei diesem Verbrechen. Wer ist diese Person? Wo hast du dieses Gefäß gefunden? Ich fand sie in Salima Sultans Gemach. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!